So, da ist er wieder, der Altemann. So, B war das, hier, suchen gehen, suchen gehen. Was wollte man jetzt machen? Was wollte ich machen? Ich wollte wieder zu Narcallah. Im nächsten Level darf ich wieder zeigen die Flotte, um noch mein Schwert weiter aufzuziehen. Apropos, weil wir gerade dabei sind. Haltbarkeit, 57%, ja, das muss mal wieder repariert werden. Tempo gegen das zu nochmal. Aber eben Hitler, oder? Genau. So, jetzt müsste aber eh die Quest noch leichtes sein für mich. Kira hat auf Narcallah ein neues Lichtschwert bekommen. Meine Typsis haben alle bessere Waffen und Rüstung, ja. Genau, genau, genau. Ich bin so schlau. 1742 schon wieder. Ja, ist der Sonntagogen auch fast dran. So, genau, hier Raumschiffhändler. Zu dir wollte ich auch nochmal. Oh, gar kein Packer. Was haben wir denn hier? Irgendwo habe ich doch schon was, äh, Grad 4. Was ich nicht hier, das, brauche ich also nicht mehr kaufen. Nee, doch, Grad 5 gibt's noch, oder? Ja. Grad 5 gibt's noch. Okay, das kann ich kaufen. Das kann ich kaufen. das kann ich kaufen das kann ich kaufen Raketen muss ich noch ein Level aufsteigen und Energieumwandlungsmodul erst ab 50 aber da kann ich die Stufe 3 kaufen das, 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 das das gut aber welchen Grad habe ich denn da drin Grad 3 genau und dann gibt es erst Grad 5 so, hier wird dann auch aufgerüstet jetzt geht es da jetzt geht es hier lang wie waren das jetzt 42 und dann war glaube ich 48 oder 46 wieder mit aufgerüstet Willkommen, bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute ah ok ähm was du hast mir ein Geschenk gebracht was ist drin ne Robe ne Rock den will ich nicht der ist schlecht Töte die infizierten Abortiere die Morgukai hab ich 25 und 15 schon besiegt das ist nur noch der Boss der zu machen ist Mandalorianische Wut 0 von 30 0 von 6 blutiger Sport hab ich auch noch nicht zerstören Bonus äh besiege die das Gefängnishofpersonal fehlen mir noch ein paar das heißt Schattenzuflucht ähm das wäre dann nirgendso Auftragskiller erbeute die Zugangsschlüssel eines seltener Dingsproblems gehen wir mal dahin winken na genau aber Jedi welches sind deine Seiten ja 25 ihr müsstet eigentlich easy sein das wäre dann die 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 Oh, das geht jetzt. Der Schlafen, die hier sind schon wieder. Oh, ja, ja, jetzt kommen auch noch die. Willst du mich verarschen? Ich greife den Ehen an und dann kommen zig Milliarden auf immer mit dazu. Ja, dann gehen Medi-Center. Ich bin auch down. Was soll denn die Scheiße? Da waren noch 50 Kilometer dazwischen. Der Ehen ist so behindert, der greift sein Partner an. Wow. Ich habe auf jeden Fall die Karte, oder? Müsste ich. Das war ein gelber Strahl. 25 bekämpfen, ich glaube nicht, hat es. Da hinten muss ich hinladen, die Imperialen Befehle runter. Da lang. Au. Na, 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 na. Na, na! Na, na, na. Ich hasse das, oh, wenn man gerade mit einem Kämpfen ist, man will so eine Spezialattacke einsetzen und genau in jedem Moment baut sie weg, die Attack ist im Arsch. Was mich beim Roboter aufgeregt hat, der hat dich weggeschossen und du warst elendig lahm, um dann wieder hinzukommen. Das hat mich aufgeregt. Deswegen hebe ich mir immer meinen Machtsprung aufgelöscht und einfach auf. Naja, ich habe den Machtsprung meistens ziemlich am Anfang, damit ich gleich am Anfang vier Fokuspunkte habe, die nicht zu überarbeiten. Da mache ich immer die letzten drei hin, ganz normalen Schwede, da hast du auch deine Fokuspunkte. Ne, aber auch nicht. Außerdem habe ich ja noch zwei unterschiedliche Lichtschwertwürfe. Also, manchmal ist mir da die Entfernung scheißegal. So, 100 pro Mensch, jetzt die drei angreife, kommt die drei ohne mit dazu und ich bin wieder down. Ich muss aber dahinter. Oh, warte, hier steht ja noch mehr. Dann umrennen wir die so. Dann müsste das eigentlich scheißegal sein. Ja, Korb, baut die Bescheid alle eben mal weg. Stichluck! Jawoll! Ja, ich bin gleich wieder tot. Willst du mich verarschen? Was soll denn das? Medizin-Center, sechs Kilometer... Hä? Ich war mal in der Stream, welche Quest du gerade machst. Ähm, Auftragskiller. Ey, da könnte ich gerade... Mann, Mann, Mann... Da, wie der Tau frisch! Warte, oben auf! Das ist doch meine Höchstung. Die können doch versichern sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt rausnehme. Dann werde ich dann auch verkacken. So, du bist jetzt mal Tank, Alter. Oh, vielleicht kann ich sie umrennen. Nein, kann ich nicht. Okay. Säaten hast du 마지막 block, Alter. I didn't know your glaub to month, was ich angげ war. Oh dear! Oh dear! nesséo muss ich gerade zitern? Bein. Alter, leck mich fett. Ah, jetzt sind hier noch zwei Dullis. Das ist gut. Das war's, dann jetzt. Schlimm, schlimm. Oh, jetzt muss ich auch noch Sachen zerstören. Hier, willst du mich verarschen? Ich muss dahinter. Oh, das heißt noch mehr kämpfen. Das heißt noch mehr kämpfen. Sind hier unten welche? Ne, okay. Hier sind auch keine. Dafür stehen dort wieder welche. Oh, das geht. Die gehen tatsächlich noch. Oh, das geht. Hier haben wir noch ganz merkwürdige Geräusche. Stöhnt halt ein bisschen. Die stöhnt halt richtig, als ob sie mega viel Spaß hat. Das raken ist immer nervig. Dort sind vier, okay. Wenn ich jetzt hier lang renne. Und einmal so, die durften mich nicht sehen. Dann kann ich mich um die erst mal ganz schnell. Oh, das ist der nächste Typ da. Scheiße. Ja. Ist er schon. Dann geht er down. Es kotzt mich an. Es kotzt mich irgendwie an. Kämpfst gegen drei, hast zwei. Da kommt noch so ein Fettwanz dazu, der dich dann runterballert, während wir den dritten schon fast down haben. Ja. Ja, gar nicht. Als Tank sind die Begleiter nutzlos. Als Heiler sind die mittlerweile nutzlos. Als Angriff sind die nutzlos, weil die damit Zeiten down gehen. Ja, mein Schreibtisch ist nie so stabil. Der wäre schon vor Wochen kaputt gegangen, deswegen. Ja, ich wollte mal einen Stuhl sagen. Aber das war doch sonst nie so schwer auf dem Level. Mal überlegen, wir hätten Asha da als erstes gemacht, ne? Und werden dann auf Khares gegangen. Wäre Pech gewesen. Wir hätten sofort gewechselt. Aber ich sag mal so, auf der Civ-Seite hattest du zwar nie, aber Helden zwei Missionen waren, oder zwei Plus Missionen, waren für mich auf der Civ-Seite auch immer eine Qual. Aber da gab es auch manche, die ich erst, nachdem ich alle anderen gemacht habe, machen konnte, weil sie vorher einfach zu stark sind waren. Also da bin ich fortwörtlich nur durchgerannt dann. Bis auf dort die Ene, wo ich mir dann erstmal im Nachhinein einen Partner geholt habe und die dann nochmal gemacht habe. Ich stelle die Aldi jetzt wieder auf Heilen um, damit ich wenigstens ein bisschen länger stehen bleibe. Oh, Scheiße. Ich habe was vergessen zu machen. 39% Haltbarkeit nur noch. Ich hätte meine Sachen vorher reparieren sollen. Scheiße. Vielleicht macht auch das den Unterschied. Ne, der Unterschied ist dann erst da. Oh, ne, der läuft hier auch gleich wieder zurück. Der Unterschied ist dann erst da, wenn... Du kämpfen tust und kein Damage mehr machst. Ach, das ist wirklich erster Fall bei... Kaputt. Ja, dann machst du keinen Schaden mehr. Ich dachte, die Schadenswerte gehen schon immer ab, 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 kaputt. Das ist runter. Schon wieder ein Geschenk, ey. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Mitgliedergeschenken hier. 606, 47 Bergen, 55 Austar. Ne, das ist Billow, das kriegst du nicht, Kira. Ach so, Kindergarten, das kriegst du auch nicht. Ich hab auch kein Geschenk, was ich der Alten mit Vormtagen geben kann. Aber komm, auf Civ-Seiten hast du dich ja immer unsichtbar gemacht. Wie gesagt, das war aber auch meine Klasse. Das war so ein Volk, dass... Das ist ne Falking-Klaune. Äh, es ist ne Falking-Klaune, das stimmt doch. Und hab ich ja immer noch auf Civ-Klasse genommen. Aber damals war das halt wirklich sehr schwierig. Ich hatte nie so starke Angriffs-Attacken wie du und sonstigen. Das gab's einfach nicht. Ich hatte ein von uns den Lichtschwert, weil es hat auch keine starke Angriffs-Attacken. Ich hab's halt nicht. Ich müsste halt noch 6 Typen hier umballern. Für die Bonus-Quest. Das Dumme ist, die Respawn halt hier auch einfach. Komm, scheiß drauf ey, es geht nicht an. Ich hab's halt nicht an, ich hab's halt nicht an, ich hab's halt nicht an. So, und die da oben, das sind halt wieder... ...beschissene. Der hat 3.590 und die haben 3.585. Ach, der ist... ...danach geht... ...ok... ...jab's nicht an. ... ... ... ... ... ... Kann ich denn erstmal den Krehn hier wegballern? Ich misch mich auch noch mit dem Scheißroboter. Oh, Bonusquests erledigt schon mal. Ich hab jetzt 25 Leute umgenietet. Oh ne, hier kommt auf jeden Fall noch ein starker Boss. So wie das aussieht. Ok, das muss ich zerstören. Oh, klar, das ist ja noch ein Spot. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Oh, wie hält der hier viel aus? Ja, und vor allem diese Artidarii-Attacken, wenn der rote Kreisberg kommt, die machen am meisten Damage. Einfach aus dem Kreislauf und wenn man halt nochmal zwei Minuten lang gefällt, dann ist das jetzt so. Aber die hätten mich bei einer Daumen drauf. Da muss ich mich halt mal hier hin. Alter! Warte mal, hab ich jetzt abgeschlossen? Auftragskiller ist weg! Cool! So, jetzt geht's los! So, wie sieht mein Schwert aus? C... 37% Gut, öffnen wir erstmal die Kiste. Oh! Ausrüsten! Ausrüsten! Was habe ich jetzt hier für uns? Oh ne, der wechselt wieder das Starke gegen das Starke aus! So... Ey, ich muss hier erstmal ganz kurz weg. Ähm... Äh... Äh... Nein! Nein! Warum?! Ich wollte einfach woanders hin! Hauf nicht! Meine Fresse! Hier, da hin, zack, schnell weg hier! Okay! Oh! 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 Das ist ja die Ecke, wo ich schon ein paar Mal gestorben bin. Ich weiß nicht, ob die für mich geeignet ist. Oh! 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 Was ist das denn das? Guckst du grad den Stream? Ich guck grad den Stream, ja. Siehst du das hier mit den... Sanitätsdruiden, der bewacht wird von... Zwei... Droiden, die mich angreifen wollen? Ich muss die halt erst weg machen, damit ich dort hinkomme, Sachen kaufen oder reparieren. Alter, ey. Natürlich gehen wir Bäder auf mich los. Ich muss den ganzen Trick und die Pissen dauern. Ey, jetzt muss ich mich annehmen. Lieber einen anderen Drohiden suchen, gibt ja genug Verbindungen. Ey, hier nicht. Hier musst du erstmal in den nächsten Abschnitt rennen, damit du ihn findest. Und der ist da hinten irgendwo. Oh, hier hab ich ja nur den Ronschitz aufgedeckt. Okay. Die einen Biss als Heiler einfach total genutzt haben. Ach! Okay, hier oben scheint Omaha zu sein. Schön! Aber nix, wo man was verkaufen kann. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Oh, bin ich denn hier gelandet? Wo ist der Eick denn hier gelandet? Oh Gott, sind die alle friedlich. Aber hier gibt es nichts zum reparieren. Nö. Wow. Man, 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 ey. Man, 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 ey. Man, man, man. Man, 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 man. Ich wollte mich extra wegen dem in Holo-Cruz schlau lesen. Wie viele hast du denn? NOOOOOO NOOOOOO Äh, was war mit... Ich wollte nur fragen, wie viele Holo konntest du bisher entdeckt hast? Äh, 1, 2, 4 Und ich weiß, ich weiß halt, wo noch 2 sind, an die man halt nicht rankommt Ich habe meine 2 Mühe aber auch irgendwie bekommen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist Einer war im Rotlichtsektor und einer ist im, äh, korealisch, korealianischen Sektor Die Pleinen habe ich hier entdeckt Ich denke mal wieder mit Jump'n'Runs Ja Ja, dann werden das die, die ich auch habe, die sind ja halt... das eine ist halt so gut wie am Anfang Ja genau, das ist am Anfang und dann oben links halt Und das andere, da musste man einen versteckten Fahrstuhl verwenden Ja, das ist das, was, äh, Madness kommt an mir Ja, das weiß ich nicht, was da die ist Zeigt das Zeigt das Mal noch versteckten Fahrstuhl Wenn du benutzt man so einen Fahrstuhl, kommt auf eine Ebene, dort macht man ein kleines Jump'n'Runs in einem versteckten Fahrstuhl, der geht dann noch höher auf eine Ebene und dann ist da das Polokon auf der Plattform Das kenne ich überhaupt nicht Das ist wie gesagt, wenn du die ganz große Map öffnest oben rechts in dem Sektor Das hat der Rotlicht Sektor Genau Also ich habe unten bei Netzzugriff habe ich zwei Ähm, beim koreanischen Sektor hatte ich zwei, ja doch zwei noch Rotlicht Sektor zu einem Fahrstuhl und dann noch einen Fahrstuhl Wenn du dort mal wieder bist, mach mal einen Screen bitte Ja Ich muss da lang Und dann rechts rum Hier lang Hier lang Hier lang Hier lang Jetzt sind hier natürlich wieder alle nachgespawnt, schön Alter, wie schnell warst du auf einmal? Willst du mich verarschen? Ja, der ist innerhalb von einer Sekunde über die ganze Map gesaust Der Druide Ey, das B in Star steht für bug-frei, ne? Mehr brauchen wir nicht dazu sagen Ich hatte hier auch schon richtig geile Grafik-Bugs Ach, das ist das dort oben, genau, wo ich nicht rankomme, was eingesperrt ist Warte mal, da könnte ich doch eigentlich das nächste Mal dort nochmal hinfahren Mich in der nächsten Pause einfach mal schlau lesen, ne? Gibt's hier einen, der Sachen repariert? Bitte, danke Nö Doch Nö 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 doch, nö Nö Nö, hier gibt's wirklich keinen Alter Bin ich hier jetzt überhaupt? Okay Das sagt mir gar nichts Das sagt mir hier grad alles nix Äh 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 Da unten wollte ich aufdecken, ne? Äh 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 Ja Äh Tö Deckst du bitte auf? Danke. Es fehlt mir eigentlich wirklich bloß noch Club Vertica Casino und Sternstunden Casino zum Aufdecken. Dann müsste ich ganz nach Shadar erkundet haben. Und hier gab's nichts außer das da. Oder komme ich da irgendwie hoch? Gibt's da was Verstecktes? Ist da oben eine Tür? Doch, da müsste es eine Tür geben. Da müsste man hochkommen. Wir testen das mal. Ja, da fährt ein Fahrstuhl tatsächlich. Ui, was ist das denn? Helden-Welten-Boss. Vergiss es. Vergiss es, ey. Ja, wo komme ich denn da oben raus? Da kommt man gar nicht lang. Oh, lol. Warum bin ich jetzt hier hochgegangen? Gibt's da hinten irgendwas? Da geh ich jetzt einfach mal hin. Da geh'n wir doch mal dahinter. Oh, Kira, du machst uns bitte mal Schaden. Ich hab' ja genug Medikits. Okay. Das ist nice. Da ist ne Lootkiste. Einfach nur ne Lootkiste. Ach, weißt du was, leck mich fett, ich schmitte erst. Bevor hier irgendwer einkommen hat. So, ähm, hinter mein Inventarsrand voll. Premium Duranium Panzer, schon wieder so ein fucking Geschenk bekommen. Hier ist auch noch mal ein Geschenk. Hä? Warum? So schnell still. Ähm, da oben war ich schon. Da lang. Jo. Ähm, da müsste einer drunter sein. Ja. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge. So, ähm, reparieren, alles. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Gut, dann, ich brauche erstmal Fortschicken und Rufe. Was mir gerade noch einfällt, äh, Philcom und ähm, den anderen Namen habe ich vergessen. Wir wollten fragen, wie das jetzt ist. Ich bin ausgezwungen bei Philcom, aber der Server bleibt trotzdem die Woche lang offline, weil wir was anderes spielen, oder? Nö. Oder bleibt der jetzt dauerhaft online? Äh, nö. In der Woche, wo ich nicht streamen kann, bleibt der offline, oder? Nö. Geht er nur sieben Stunden online. Und zwar von 15 bis 23 Uhr. Okay. Ja, das wollten Sie einfach nur wissen. Ich wusste nicht genauer. Das heißt, du kannst spielen und... Ich werd nicht spielen. Ich hab die Zeit ja nicht mal. Sagte er und spät am Mittwoch fünf Stunden am Vormittag. Nö. Ich hab am Donnerstag in der English Arbeit. Hab ich auch keine Lust zu. Oh je. Fortschicken. Gefährdenden Rufen. Groß Einfluss. Dann kriegt er dann alle. So viel, ich werd die Geschenke alle bald verkaufen, wenn das so weiter geht. Wollen sie halt verwenden? Ne, weil klein und kein Einfluss ist sinnlos einem Gefährten zu geben. Besser als sie loszuwerden. Nö. Dann mach ich lieber Geld damit. Wie Geld? Ich hab auch so viel Geld, aber trotzdem. Hier ist noch ein mittlerer Einfluss, sonst kann ich noch geben. Aber das war's dann schon wieder. Scheinend mögt ihr mich doch? Scheinend mögt ihr mich doch? Ich weiß eh, einen Gefährten wird's auf jeden Fall noch geben bei mir. Ja. Den neuen, den ich bekommen hab, das ist sinnlos, den brauch ich nicht geben. Der hat überall keinen Einfluss. Das weiß ich schon. So. Wo muss ich hin? Ähm. Ich muss durch die Dinger da erstmal brettern. Ja gut, ähm. Ist eh grad Zeit. Päuschen. Ähm. Da werd ich mich dann auch gleich mal schlau machen wegen dem Monocon, da stell ich mich jetzt auch hier bei dem Typs hier rein, wo ich mich grade nicht alles repariert habe. Und dann mach ich ein kurzes Päuschen. Bis gleich. Jup. Bis gleich.